Servus Fußballfreunde, ich habe heute wieder einen neuen Schuh für euch im Unboxing, nämlich von Puma, den EvoSpeed SLFG in Größe 43. Bei dieser Größe wiegt der Schuh noch 110 Gramm. Danke an Puma für diesen Fußballschuh, ich packe den Link in die Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Unboxing. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020